Ein Leckerbissen für Fußballfreunde am Samstag im Oberbergischen. Hier spielte die Traditionself des 1. FC Köln gegen eine Auswahl Oberberg. Wer da so alles aufläuft beim Spiel auf oberbergischem Rasen. Als die Spielernamen vorgelesen wurden und die Mannschaft des 1. FC Köln einlief, war schon klar, dass hier Fußballgeschichte unterwegs ist. Namen wie Bernd Kullmann oder Herbert Zimmermann, Matthias Scherz, das sind wahre Fußballer, die die Fans so schnell nicht vergessen haben. Die oberbergische Auswahl, stolz gegen die Profis spielen zu können, rechneten sich sogar die ein oder andere Chance ein. Doch die Chancen für die Oberberger schmolzen schnell dahin, denn nach kurzer Zeit fiel das erste Tor für die Kölner und die Tortreffer summierten sich bis zum Ende des Spiels auf sage und schreibe 9. Doch die Oberberger ließen es sich nicht nehmen, wenigstens ein Tor zu präsentieren. So trennten sich die beiden Mannschaften mit einem satten 9 zu 1 für die Kölner Traditionsmannschaft, die es anscheinend noch nicht verlernt haben. Doch an oberster Stelle stand der Spaß und die Freude an diesem Tag. Und diese beiden Komponenten konnten Spieler, aber auch Zuschauer zu Genüge einfangen. Unser Sieg heute mit 9 zu 1 geht in Ordnung. Ein Kompliment an unseren Gegner. Sie haben fair gespielt. Es gab keine Schlägereien. Der Schiri hat da auch mitgespielt heute. Er hat sehr oft abseits gepfiffen, was auch dazu gehört. Aber am Ende muss man sagen, die Zuschauer haben Tore gesehen, was im Spiel auch wichtig ist. Vielen Dank.